Hi, mein Name ist Frank, ich bin im Shopify und Print-on-Demand-Business full-time und ich will dir heute einen Fehler aufzeigen, den jeder Zweite macht, der in diesem Business ist. Denn so als Coach in dem Sinne kriege ich halt mit, wenn die Leute zu mir kommen, immer sagen, du, hey, die Leute kommen auf meinen Store, aber irgendwo kaufen sie nicht. Woran liegt das Ganze? Und wirklich jeder Zweite macht diesen Mist. Und ja, ist halt einfach nicht klar, dass er hat eigentlich fast alles richtig gemacht, bis auf diesen einen Punkt und den wollen wir uns heute ein bisschen genauer angucken. Dazu werde ich noch ein paar andere Tipps gleich geben, deswegen, wir machen heute mal eine kleine Shop-Analyse von dem Shop Lagerfeuermensch, der mir zugespielt wurde und den gucken wir uns heute mal ein bisschen an und da zeige ich euch mal Fehler Nummer 1. So, das hier ist der Store Lagerfeuermensch, das Cookie-Banner habe ich jetzt schon weggeklickt gehabt, da hatte ich jetzt vergessen. So, und wir sehen halt eine schöne Einleitung, hier steht jetzt einfach nur Lagerfeuermensch. Ja, kenne ich nicht. Das ist jetzt erstmal das Erste, was mir so einfällt, wenn ich jetzt auf die Seite komme. Gut, ich bin jetzt auch kein leidenschaftlicher Hobbycamper. Der Name an sich ist ziemlich gut gewählt. Schrift und Logo, ja, okay. Ist natürlich ein sehr langes Wort an der Stelle und auch so ein bisschen selbstbeschreibend. Da wird es ein bisschen schwieriger bei einer Markenrechteintragung, weil du halt eine beschreibende Sache hier hast. Also, so ein Logo, das könnte schon wieder ein bisschen problematisch einfach mal werden, weil es schon ein allgemeiner Begriff ist. Genauso wie Selfmade, sowas kannst du dir halt auch nicht eintragen lassen, weil es einfach, ja, es beschreibt sich in dem Sinne halt selber. Da ein bisschen drauf aufpassen. Wir sehen jetzt hier auch schon gleich das Branding drauf. Also, das ist so der erste Branding-Versuch in dem Sinne. Eine Auswahl, Men, Women, das ist halt nicht schlecht. Ich habe jetzt immer noch nicht erfahren, worüber diese Brand eigentlich geht, was da so die Mission ist in dem Sinne. Macht auch nichts. Wir kommen ja trotzdem erstmal zu ein paar Produkten. Men, Women, okay. Diese Aufteilung hätte ich jetzt ein bisschen anders gemacht. Da hätte man zum Beispiel jetzt hier mal eine Kollektion zeigen können. Dann hätte man ein bisschen was beschreiben können über das Business an sich erstmal, um die Marke vorzustellen, weil ich kenne sie jetzt noch nicht in dem Sinne, wie ein Kunde, ich mache das Ganze jetzt mal aus Kundensicht ein bisschen so beschrieben, Biergitarre, Lagerfeuer, Shop Now, das ist jetzt ein Produkt, das ist schön, hat aber jetzt in dem Sinne nicht wirklich so, oder das, ja gut, hat schon so ein bisschen Nischen in dem Sinne drin, aber so richtig so die Emotionen kickt es halt nicht. Hier unten, das finde ich ganz cool, einfach sowas mal zusammengestellt. Sieht natürlich jetzt sehr, sehr professionell aufgenommen aus an der Stelle, also dass das hier wirklich schon Modelbilder sind, als Kundenresümees sind die halt einfach zu gut in dem Sinne, weil so macht halt ein Kunde keine Fotos. Join our E-Mail Newsletter. Toll, geil, kriege ich noch mehr Werbung. Also nach dem Motto, ja, das ist warum. Warum sollte ich jetzt mich hier eintragen? Da kannst du natürlich Goodies geben. Du könntest sowas einstellen wie, hey, du kannst hier ein Survival-Handbuch downloaden oder irgendwas und das kriegst du, wenn du deine E-Mail-Adresse hinterlässt. Da gibt es auch viele verschiedene Tutorials auf YouTube, die kannst du dir zusammen oder angucken. Du könntest genau so einen Auftrag bei Fiverr geben, hey, schreib mir mal so ein kleines PDF-Büchlein, irgendwie, oder du musst ja nicht ein richtiges Buch mit 300 Seiten, aber so ein bisschen irgendwie ein paar Seiten, 20, 25 Seiten, in dem Sinne ballerst du da rein. Du kannst genauso machen, wenn er in einem Hundeshop hat, dann macht er halt irgendwie Verreisen mit dem Hund in Sommerferien und so eine Sache, worauf musst du achten und diese ganzen Sachen, dass du da wirklich auch so ein bisschen so ein Geben und Nehmen hast. Das ist doch ähnlich so wie irgendwie, wenn du abends, wo, okay, die entsprechende Geschichte, die da draußen gerade wütet, noch nicht war. Wenn du irgendwie flirten gehst, dann machst du das ja auch so. Da fragst du ja nicht mal, ey, kriege ich deine Nummer? Sondern da schreibst du erst mal deine eigene Nummer auf den Zettel, lässt oben ein bisschen frei, reißt das Ganze ab, gibst ihr den Lernzettel, dann natürlich noch den Stift in der Hand und sagst, hey, sei mal kreativ. So, und wenn, kannst du austauschen. Das ist ein Geben und ein Nehmen und das ist halt viel, viel besser in dem Sinn, als, ey, kriege ich deine E-Mail? Bevor das Video weitergeht, 60% von euch haben immer noch nicht abonniert und gucken trotzdem regelmäßig zu. Wäre cool, wenn ihr hier kostenlos ein Abo dalassen würdet. Also, wie gesagt, kostet euch gar nichts und bringt halt euch einfach mal neue Infos, neue Videos und zusätzlich macht es mir natürlich mehr Spaß, diese Videos hier für euch rauszubringen. Wenn euch Ideen kommen, was man an diesem Store noch besser machen kann, was ich jetzt hier nicht erwähnt habe, gern auch unten in die Kommentare schreiben, denn könnt ihr auch ein paar Tipps geben dem Ersteller dieses Shops, was er denn hier besser machen kann. Weiter geht's mit dem Video. Gut, also auf dieser ersten Seite, da haben wir jetzt nicht unbedingt so eine von der Struktur jetzt das, wie ich so einen Shop aufbauen sollte. Aber was ist denn jetzt der größte Fehler? Der größte Fehler ist hier oben direkt schon drauf zu sehen und zwar allgemein an diesen Logos an sich, weil wenn wir jetzt nämlich mal hier in die Sachen reingucken, dann sehen wir hier Lagerfeuermensch. Lagerfeuermensch ist das Logo, was ich halt noch nicht, oder dieser Markenname, die Brand, die ich so noch gar nicht kenne, weil du hast mich jetzt Code Approach in dem Sinne halt angesprochen. Das ist hier genau das gleiche Lagerfeuermensch. Enjoy the millions of stars above. Ja, hier unten muss ich schon wieder mal die Lupe rausholen und schon mal zoomen, bevor ich es überhaupt lesen kann in dem Sinne. Also dann muss ich hier erstmal schon mal wirklich immer so genau erstmal gucken, bis ich hier die ganzen Sachen lesen kann, sind auch alles immer fast die gleichen Sprüche. Also ich habe hier einmal den Stars und can't wait for another hike. Gut, jetzt so richtig emotional geladen ist es nicht und da ist nämlich auch schon der größte Fehler, weil Print on Demand funktioniert halt nach dem Prinzip, wir verkaufen Emotionen. Es gibt Dropshipping, da verkaufst du Produkte, die Problemlöser sind. Irgendwas für die Küche, irgendein Küchengerät, womit du da irgendwo deine Zwiebeln schälst oder weiß der Geier was und mit einem Move hast du das Ding halt geschält. So, das ist halt ein Problemlöser, die gibt es bei AliExpress, Alibaba und diesen ganzen Portalen, aber das ist nicht das, was wir machen. Wir hier im Print on Demand drucken nicht einfach irgendeinen Markennamen halt auf in ein Shirt und verkaufen das. Um es euch mal zu zeigen, zum Beispiel hier von meiner Brand, lasst euch damit jetzt nicht orientieren. Und zwar, wenn ich diese rausbringe, bringe ich diese für unsere YouTube-Community raus, weil ich schon eine bestehende Community einfach mal habe. Da kann ich das natürlich machen. Wenn ich das nicht habe, wird jeder andere, der jetzt im Online-Business ist, wird damit nichts anfangen können, weil die diese Marke einfach nicht kennen und keinen persönlichen Bezug dazu haben. Deswegen, wir bedienen uns hier halt Emotionen. Und diese Emotionen, die verkaufen entsprechend dieses T-Shirt oder diesen Hoodie. Und hier ist es wirklich so, du hast halt einfach den Standard, du hast ein Hoodie, du hast ein T-Shirt, keine anderen Produkte in dem Sinne, keine besonderen Produkte, wie man sie sonst halt kennt im Print on Demand. Und da ist halt hier nur ein Lagerfeuer, eine Tanne und halt ein Berg drauf. Da haben wir Tanne und ein Lagerfeuer, Tanne und ein Berg und das in tausend verschiedenen Kombinationen. So was ist halt ganz cool. Das kann auch zum Teil laufen. Das gibt es auch in den Etsy-Stores manchmal zu sehen. Aber bei diesem Namen an sich hast du keine Emotionen, die das Ding halt verkaufen. Also wenn du da irgendwo, ich sage ja immer dieses Beispiel mit dem Fahrrad, was ganz cool gemacht ist, wenn du jetzt irgendwo ein Mountainbike nimmst und druckst das halt auf ein T-Shirt drauf. So, dann kannst du darüber schreiben Mountainbike. Ja, wie so ein Ding aussieht, weiß ich auch. Da brauche ich in den Keller gehen und gucke mir so ein Teil halt an. Aber du kannst es auch anders machen. Du könntest das Ding umdrehen, komplett auf den Kopf, einen roten Fleck dahinter machen und schreiben, wer nicht stürzt, verliert. So, damit hast du was ganz anderes gemacht, weil damit hast du jetzt nichts Beschreibendes mehr drauf, sondern du signalisierst damit Emotionen, nämlich und zwar Mut. Hey, ich bin der Typ, der mit 30 Sachen irgendwie einen Berg runterballert, im Downhill-Biking oder irgendwie sowas und bin mutig. So, und wenn damit der Kitty in der Schule sitzt und sagt, Mäuschen, ich hab's drauf, yeah. So nach dem Motto. Dann hast du eine ganz andere Aussage als einer, der da sitzt. Mountainbike. So, und dementsprechend, das ist das, was halt später verkauft. Und diese Emotionen, die sind halt in unterschiedlichen Stufen im Print-on-Demand zu verkaufen. Die höchste Stufe davon ist natürlich Personalisierung, weil du damit wirklich ganz genau diesen emotionalen Faktor halt hast. Du hast nämlich den Bezug wirklich zu Personen hergestellt. Also wenn du zum Beispiel Urlaubsbilder umwandelst in irgendwelche Artworks oder so eine Sachen, dann identifizieren sich die Leute einfach damit, weil sie halt sagen, okay, ey, das sind wir. So, und das ist das, was halt hier verkauft. Und hier ist es auch so, dass von der Variation her, der Sprüche, wenn wir jetzt mal hier einfach mal rausgehen, Shop Now hier bei Men, in dem Sinne, da ist halt nicht viel drauf. Da sind einmal, sehen wir hier, der Shop ist, na, jetzt kommt er, da sind halt immer nur diese Lagerfeuer Mensch und irgendwelche coolen Vektoren drauf. Die Vektoren an sich sind ultra cool. Die sehen geil aus. So was halt ist richtig cool. Da könntest du machen, wenn ich hier mit meinem Hund entsprechend am Gassi gehe, äh, Gassi gehe, sag ich schon, campen gehe oder sowas, mein bester Freund und diese ganzen Sachen, da lassen sich so viele Sachen mit diesem Short halt machen und er schreibt dir einfach nur seinen Namen halt runter von dem Logo. Weil das hier kennt keiner. Also wenn du das wegnehmst, ist es in dem Sinne nur ein Bild vom Hund, der vom Berg steht. Hört sich jetzt hart an. Hier ist der Store, lädt jetzt noch mal ein bisschen weiter. Also hier ist so die verschiedenen Hunderassen sogar. Damit lässt sich auch schon wirklich richtig coole Sachen halt machen. Und hier kommen wir so ein bisschen in den Bereich. Berge, Abenteurer, ja, jetzt wird es so langsam. Aber die ersten Sachen sind halt wirklich, ja, think positive. Es ist halt nicht wirklich so ein Knaller, dass ich sage, boah, ja, 55 Euro, think positive. Das will ich jetzt, das brauche ich jetzt unbedingt. Das ist halt, du identifizierst dich einfach nicht genug. Und selbst wenn du so eine Sachen halt hier machst, also irgendwo, ja, wie nenne ich es jetzt, also hier eine Variation von think positive, ob du jetzt hier nur einen schwarzen Balken hinter machst oder keinen schwarzen Balken oder das Ding in schwarz und weiß und weiß und schwarz, macht das Design halt nicht anders. Also davon kommt nichts anderes raus in dem Sinne. Die nächste Sache, worauf man hier auch achten muss, ist so ein bisschen die Schrift allgemein. Also du musst sehr häufig ganz genau hingucken. Also wenn ich jetzt hier diese ersten Designs hier angucke, das ist halt wirklich, wenn ich das auf dem Handy sehen würde, wenn du da auf mobil Werbung schaltest, dann könnt ihr das gar nicht lesen, was hier die eigentliche Aussage sind und dann lesen sie wieder nur das Lagerfeuermensch. Also das ist, da ist auf jeden Fall nochmal Bedarf bei. Gut, jetzt klicken wir mal einfach auf so ein Ding rauf. Wir wollten jetzt so ein Teil mal zum Beispiel kaufen. Gut, aber was können wir jetzt von Designs halt hier verbessern? Es gibt natürlich Möglichkeiten, du könntest zum Beispiel mal hier bei Etsy reingucken, was verkauft sich denn hier gut? So und da siehst du, klar, Camp Life, das ist ein Hashtag, was sehr beliebt ist. Das ist wieder so ein bisschen was anderes, aber du siehst hier wieder diese Sprüche. Also Life is better around the campfire. So das Leben ist da besser. Ich bin ein Camper-Papa wie ein normaler Papa, aber viel cooler. So und das sind wieder so eine Sprüche, die sind alt bewährt in dem Sinne, machen auch Sales und das hat halt eine klare Zielgruppe, wo du wirklich sagst, ich bin Papa, ich habe ein Kind, bin trotzdem gerne Camper und diese Sachen und damit hast du wieder einen anderen Anspruch einfach mal. Genauso halt hier so ein bisschen das, gut mit Herzchen, da hast du hier wieder hier die Berge und die Dings dabei, ein bisschen anders gemacht. Aber da müsste man mal Research machen, wirklich, welche Sachen sich gut verkaufen einfach und nicht irgendwie zwei, drei Designs und dann darauf halt hoffen. Du siehst halt hier ist auch relativ viel drauf und das ist meistens so, weil du damit halt diese Zielgruppen ansprichst. Du kannst natürlich genau so einen Merchant-Former mal reingucken, was da halt ist, zum Beispiel US National Parks. Das ist hier zum Beispiel auch ein Teil, das kenne ich halt, ach, die kenne ich sogar. Also hier haben wir zum Beispiel so ein Ding mit diesen US National Parks, überall, wo du eventuell schon mal warst, da kannst du dich ein bisschen mehr mit identifizieren. Okay, I hate pulling out, das ist schon lustig. Ja und so was, zum Beispiel ein bisschen dunkler Humor oder irgendwie so was, schwarzer Humor hier beizumischen, das hat halt wieder so einen anderen Touch einfach mal bei. Hier wieder die Anspielung so ein bisschen auf so einen Song einfach mal gemacht. Und das sind wieder so eine Sachen, damit kannst du halt arbeiten, da sind halt viel mehr Sachen drauf. Sortieren wir zum Beispiel auch wieder so Trendsprüche sogar eingearbeitet. I hate people, also hier aus der Verkäuferbranche von damals, wenn sich der Kunde zu doof anstellt. Oh, ich hasse Menschen, so nach dem Motto, diese Sache. Also das ist dieser Trendspruch und take it easy, okay, da kann man auch was machen. Life is better, das ist wieder der Klassiker. I don't always drink when I'm camping. Oh wait, yes I do, so nach dem Motto. Und da hast du auch wieder so ein bisschen so Alkoholzeug. Ja, wir trinken ja gerne mal irgendwas, wenn wir mal unterwegs sind oder dann haben wir mal Urlaub. Dann schalten wir mal richtig ab. Dann habe ich mal frei, dann brauche ich nicht ins Büro. So, und das sind die Emotionen, die hier so ein bisschen rüberkommen. Du denkst halt, oh, dann ist endlich mal Schluss mit dem ganzen Mist da. So, und jetzt kann ich mal ein bisschen frei. So, und das ist das, was halt verkauft. Gucken wir uns noch ein paar weitere Shirts an. Also hier haben wir zum Beispiel, I never dreamed I'd grow up to be a super cool husband of a freaking awesome crazy spoiled camping lady und so weiter. But here I am killing it, so nach dem Motto. So, und da hast du einfach so wieder zwei verschiedene Zielgruppen drin. Also du hast dir wirklich hier wieder mit dem Husband einfach mal vergeben und mag hier Camping und diese ganzen Sachen. Und das ist wieder so diese Emotionen, womit du einfach verkaufst. Du kannst natürlich wirklich überall Analysen auch machen. Competition-mäßig bist du da halt auf einem guten Weg. Können ja nochmal hier in deutschen Marken ein bisschen reingucken. Also der tut nichts, der will nur campen in dem Sinne. Auch wieder so eine Abwandlung von einem bekannten Spruch, den man so kennt wie von Hunden-Nische übersetzt. Jetzt hier in Camping. So, jetzt will ich euch nochmal eine Technik zeigen, was ihr benutzen könnt, um halt so eine Designs zu kreieren. Und zwar hier siehst du ein Beispiel im deutschen Markt. Der tut nichts, der will nur campen. So, der tut nichts, der will nur spielen. Das ist halt aus der Hunden-Nische ursprünglich kommt dieser Spruch. Und der wurde jetzt von einer Nische in eine andere übertragen. So, mit diesen Übertragungen kannst du wirklich neue Sachen erschließen, die es so vorher in dem Sinne halt noch nicht gab. Und damit kriegst du denn hier die Sales, die du halt haben willst. Und das sogar wahrscheinlich noch organisch. So, und das ist dieses Ding. Man muss wirklich ein bisschen kreativer rangehen. Jetzt nicht auch nur gucken, was läuft halt gut. Und ich mache davon die x-te Version. Sondern ich mache hier was Neues. In dem Sinne such mir auch mal was. Benutz mal hier oben, sag ich jetzt mal, die grauen Zellen. Und kreiere damit neue Designs. Und du siehst hier bei diesen Designs, dass hier überall mehr draufsteht. Da steht halt nicht nur I love camping. Sondern da steht, okay, normale Opas spielen Bingo. Coole Opas fahren Wohnmobil. Super cooles Teil. Absolut. Ich finde das absolut geil so. Und das Ding, so ein Design, das finde ich jetzt wirklich gut. So ein bisschen so die Nischen auch lesen. Zum Beispiel hier siehst du, wie ihr so ein bisschen Camping und Trinken. Das scheint so irgendwie ein bisschen verbunden zu sein. Sage ich jetzt nur mal so als Tipp. Und genauso halt hier Rentner und Camping sind ja auch häufiger alte Leute. Schöne Grüße an meinen Nachbarn, der hier ein paar Häuser weiter wohnt. Der die ganze Zeit immer die Parkplätze blockiert. Gut, gehen wir aber mal zurück zu unserem Shop hier. Und das ist, oder jetzt würden wir mal durchspielen. Jetzt würde ich jetzt kaufen wollen. Jetzt klicke ich jetzt einfach mal drauf und gucke mal, was weiter passiert. Ja, nämlich nicht viel. Und zwar hier ist eigentlich nur eine Beschreibung drin von dem Titel. Ja, und ein bisschen hier, was das für Materialien sind, worauf eh keiner achtet. So, oder fast keiner in dem Sinne. Eine Größentabelle ist ganz gut. Das ist sinnvoll auch zu machen. Hier auch so ein bisschen mit Maß, dass die Leute halt einfach mal vergleichen können mit ihrem T-Shirt. Das hält die Conversion Rate entsprechend ein bisschen höher. Und die Retourenquote niedriger. Das ist halt ganz gut. Aber ansonsten, das könnte dir auch gefallen. Gut, es ist jetzt immer fast das Gleiche, was hier abgebildet ist. Also so groß viel Auswahl in dem Sinne habe ich jetzt hier nicht. Und diese Seite verkauft einfach nicht. Sie hat halt keine Texte, die mir das Ding halt schmackhaft macht, warum ich das Ding jetzt auch noch kaufen sollte. Hier kannst du nochmal nachsetzen. Weil das ist wirklich nur eine reine, hier ist ein Produkt. Ja, da kommt nichts. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich, das Ding sieht exakt mit den Falten eins zu eins gleich aus. Also ist es eine Computeranimation in dem Sinne. Ob das Ding jemals wirklich so aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich beginne schon so langsam jetzt hier Vertrauen zu verlieren. Das ist jetzt einfach nur, um euch so die Sicht der Kunden ein bisschen häufiger zu sagen. Ansonsten irgendwelche Trust-Badgets und so eine Sachen habe ich hier auch nicht auf der Seite drauf. Die Anpassung, also da hätte ich zum Beispiel schon so ein paar Ideen, die sind bei mir auch im Kurs zu finden. Da könnt ihr auch ein bisschen mal reingucken, wie man so eine Seiten halt optimiert. Auch sogar, wie man SEO optimiert. Weil das wäre nämlich die andere Sache, wie zum Beispiel hier die SEO-Optimierung halt ist. Die ist nämlich hier gleich fast null, um es mal so zu sagen. Und ja, was ich aber jetzt komplett vergessen habe, ist auch eine lustige Sache. Da gehen wir immer auf Lagerfeuer, Mensch, auf die Startseite. Und zwar, so gucken wir jetzt aber eine viel lustige Sache an. Und zwar hier oben auf der Seite. Und zwar, wenn ich jetzt einfach hier nochmal zur Startseite gehe, dann sehe ich hier oben 10% Rabatt mit Lagerfeuer 10. Jetzt meine Frage, warum machst du den Scheiß? Wenn ein Kunde auf deine Seite kommt, der noch überhaupt nicht mit dir in irgendeiner Form interagiert hat, der ist gerade mal angekommen und du sagst ihm schon, hier ist der 10% Rabatt. Der hat sich das Ding noch nicht mal angeguckt oder was er da überhaupt kaufen will und du kommst ihm schon mit Rabatten. Solche Sachen, die macht man in der Nachverfolgung, gibt den Leuten Kaufanreize, damit sie dann entsprechend halt kaufen, falls sie nicht gekauft haben. Das gibt es verschiedene Stages, die man durchläuft, damit man sagt, okay, das nennt sich nämlich so ein bisschen so eine Art Sales Funnel. Okay, jetzt hast du einen Erstkontakt aufgebaut. Hat er gekauft? Hat er nicht gekauft? Hat er gekauft? Wunderbar. Hat er nicht gekauft? Machst du das. Und so weiter und so fort. Sajin Yalzin, der Milliardär aus Dubai, der Online-Stores für hunderte Millionen Euro verkauft hat, hat mir da so ein paar Tipps gegeben, die werde ich euch auch ein bisschen weitergeben. An der Stelle nicht in diesem Video, sondern die Sachen werde ich dann auch noch in meine Kurse halt reinpacken. Ich habe die Techniken von ihm jetzt, glaube ich, nicht drin. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, ich prüfe das nochmal nach. Es ist halt einfach zu viel Content, um deinen Überblick mittlerweile mehr zu haben. Deswegen, da gucke ich jetzt nochmal rein, ob das halt drin ist. Sonst muss das halt auch noch mit rein. Dass du halt das in einer Nachverfolgung nochmal machst, dass du denn Anreize gibst. Du hast ja eine Custom Audience laufen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, worin du nachverfolgst, halt wer hat sich die Sachen angekauft, wer hat in den Warenkorb gepackt oder nicht gekauft und so weiter. Und dann die Leute nochmal ansprechen mit halt einem Rabattcode. Was ich hier auch noch ein bisschen machen würde, ist halt einfach über die Brand an sich ein bisschen was zu schreiben. Da ist nämlich hier auch nichts. Ich habe hier Home-Mann-Frau-Accessoires. Das ist halt wirklich so diese typische Seite. Einfach mal, ja, ich habe einfach nur eine Plattform, um was zu verkaufen. Von vielen Shopify-Gurus wird das halt so ja dargestellt. Shopify ist einfach nur so da. Ja, das ist dein eigener Online-Store. Da hast du denn mehr Marge in dem Sinne. Und das ist einfach nur eine Plattform, von wo du dein Produkt startest. Nein, das ist es nicht. Shopify ist ein Branding-System oder das ist eine Plattform, wo du aktiv Branding betreibst, eine Marke aufbaust und dazu bedarf es halt einfach mehr, als einfach nur Produkte auf eine Internetseite zu schmeißen. Und das ist das, was ich auch immer versuche, den Leuten zu sagen, dieses Ding muss aktiv verkaufen. Da müssen wirklich Sachen eingearbeitet sein. Du kannst natürlich auch noch Apps benutzen, die verkaufend wirken, die entsprechend ein bisschen Druck aufbauen auf den Kunden und so weiter. Das sind alles Sachen, die du hier oder in diese Online-Shops halt einbinden kannst, die aber nicht in diesem Shop drin sind. Und das würde ich halt auch noch so ein bisschen machen oder da eventuell ein bisschen verkaufstaktisch nochmal rangehen. Wie gesagt, damit es sich nochmal richtig einbrennt, hier nochmal der Hinweis, also nur einen Namen irgendwo oder ein Logo auf ein Produkt halt drucken, ist kein Branding oder ist kein Brandaufbau, sondern das ist einfach nur ein Name auf irgendein Produkt in dem Sinne. Also wir arbeiten hier im Print-on-Demand mit Emotionen und wir bauen nicht diese klassischen Streetwear-Brands in dem Sinne auf. Wenn du sowas machen willst, kannst du das machen, denn ist aber das Marketing entscheidend, denn brauchst du die Kontakte zu Influencern. Dann musst du halt diese Marke bekannt machen überhaupt in der Szene über verschiedene Methoden. Und wenn du das nicht kannst, wenn du diesen Bekanntheitsgrad oder Trends nicht auslösen kannst, dann hast du ein falsches Marketing. Also um eine Streetwear-Brand zu starten, ganz klar, um das jetzt nochmal zu sagen, konkurrierst du mit anderen Sachen wie Off-White und normalen Marken, die irgendwo sich etabliert haben, die jetzt Trend geworden sind. Du willst einen Trend auslösen, sowas wie Palm Angels, Off-White und Co. Das ist dein Ziel, wenn du so eine eigene Streetwear-Brand aufbaust und das vergessen halt viele. Und dazu gehören halt einfach wirklich viele Kontakte aufbauen, wirklich extrem breites Marketing, cleveres Marketing machen, auch den Leuten mal Sachen zuschicken, in Vorleistungen gehen und diese ganzen Sachen. Das ist also eine Streetwear-Brand zu pushen, ist was ganz anderes, als einen Print-on-Demand-Online-Store aufzubauen, der einfach über Emotionen halt funktioniert. Und das vergessen wirklich sehr, sehr viele. Wenn du das Ganze richtig aufbauen willst und lernen willst, wie dieses Business wirklich in allen Tiefen und in allen Sachen funktioniert, da reichen die YouTube-Inhalte in dem Sinne nicht aus, da brauchst du noch ein bisschen mehr. Da solltest du dir mal auf t-shirt-frank.de den Kurs angucken, den ich anbiete. Hat einen super Preis, kostet halt auch nicht mehr in dem Sinne als ein Shopify-Theme. Und da ist alles drin, was du wissen musst, also auch vom Research bis Marketing in dem Sinne alles drin. Egal, was du machst, der deckt halt alles ab. Ansonsten kannst du dich gerne hier auf diesem YouTube-Kanal noch ein bisschen weiter umgucken, was ich hier noch so alles über Shopify und Print-on-Demand erzähle und euch zeige. Also vom bisschen Research bis Marketing und so habe ich ja hier auch noch ein paar Parts drin. Die findest du hier alle auf dem YouTube-Kanal und gerne auch Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns das nächste Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps und wie immer natürlich gute Verkäufe.